Was ist das für ein Klumpenisch? Der große, ja. Es scheint einem hier wie Gold zu sein. Das wäre ein Nugget. Das wäre ein L態. Der große, ja. Man kann mal ein Buss. Er war das für ein Kniegacken. Der junge Autobahn. Das geht nicht in der Kniegacken. Das ist das Bye-Nabend-Kniegacken. Die Ổn, ja. Die Kniegacken und die Kniegacken liegen. Die Kniegacken werden mit der Kniegacken kämpfen. Die Kniegacken wird mit der Kniegacken. Das ist auch so, was ich fast auf der Leyen. Thermatisch. Aber ich fehle noch, halt trotz dem Mikro. Nichts wirklich Großes. 30 Stück in groß, 2,5 cm. Was ist denn das hier aus? Okay, das war ein guter Mal. Musik 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 Kleiner Zwischenstand. Kleiner Zwischenstand. Zwei größere Stücke auf eine Pfanne. Das ist auf jeden Fall eine Ablagerungsschicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, vier. Zwei größere Stücke auf eine Pfanne. 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 Aber der Punkt ist, das musst du erst mal rausfinden. Dann brauchst du die Kombination aus richtiger Fangsechnik, gleichmäßigen Wasserfluss. Was ist das für eine Fülle? Keine Ahnung, viel mehr raus. Das wachsen jetzt. Was ist das für ein Klumpenisch? Scheint einem hier wie Gold zu sein. Das wäre ein Nugget. Ja, das ist eindeutig Gold. Wir haben ein Nugget. Das wäre 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 ein Nugget. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020